Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo von am Start. Heute gibt es neuen SBC-Content, wir haben Samstag, wir haben kurz nach 19 Uhr und EA gönnt uns heute Eiges an SBCs. Zum einen haben wir Xavi Alonso als Team of the Icon SBC draußen, einmal Jutkla, wenn er so ausgesprochen wird, die Tagsanmeldung ist am Start und die 85x3er Mittelfeld-Upgrade SBC. Da gehen wir rein in mehrere Packs und auch die Draft-Token-Upgrade SBC ist quasi zurück. Alles gemeinsam schaut es natürlich heute hier in diesem Video an, auch neue Meilensteine, neues in Packs und wie gesagt, wir wollen heute mehrere von den 85x3er Mittelfeld-Upgrade-Packs öffnen. Bleibt also bis zum Ende dran, bevor wir aber rein starten, wissen wir Bescheid, kurz das Video supporten, das wäre auf jeden Fall Ehre, lasst kurz einen Daumen nach oben da, dauert eine Sekunde und damit könnt ihr meine Tech-Arbeit hier auf dem Channel auf jeden Fall unterstützen und wie ihr sehen könnt, haben wir da ganz, ganz unten, Freunde, einen Kevin de Bruyne. Denn heute Mittag im Livestream auf Twitch habe ich einen gezogen. Ich werde versuchen das bis heute Abend, kommt wahrscheinlich bis spätestens 22 Uhr auf dem Clip-Channel online, nochmal kurz, ja, in dem Clip quasi euch zu zeigen. Also Archigaming Clips auch mal gern in der Beschreibung einfach abchecken, ein Abo dalassen, da verpasst ihr dann auf jeden Fall auch nicht, wenn ich ein Team auf die hier ziehe. Aber der erste ist am Start mit KDB, wenn ihr also sehen wollt, wie ich den gezogen habe, dann gerne auf dem Clip-Channel heute Abend mal vorbeischauen. Aber jetzt erstmal rein zum Content, denn wir werden einiges bequatschen. Nicht nur Spieler-SPCs, sondern wir gehen rein in einige Packs und wir fangen wie jeden Tag mit der Tagesanmeldung an, Freunde. Und ja, die bitte nicht vergessen, denn heute ist es interessant. Wenn ihr sie heute und keine mal vergessen habt, dann bekommt ihr ein richtig geiles Set, wenn ihr sie auch heute macht. Also macht sie kurz nebenbei am Handy oder whatever. Tagesanmeldung abgehört, bitte nicht vergessen. Zwei seltenes Goldspieler-Pack 81+. Und ich bleibe meiner Meinung nach treu, ich habe es euch gestern gesagt, wir werden den größten Teil der Packs, der aufgesparten Sets, am Sonntag nach 19 Uhr öffnen. Wenn ihr da also in Bezug auf die ganzen aufgesparten Sets nicht verpassen wollt, gerne hierbleiben, kostenlos ein Abo dalassen, das ist for free. Ja, und da kann ich euch auf jeden Fall schon mal drauf heiß machen auf die Zeit, ich freue mich sehr drauf. Ja, gestern haben wir über die Defensiv-Upgrade-Geschichte gesprochen, 85x3er. Die gibt es auch auf dem Clip-Channel, falls ihr da mal ein Pack sehen wollt. Und ja, heute, wie gestern prediktet sozusagen, ist das 85x3er-Mittelfeld-Upgrade raus. Das heißt, sehr wahrscheinlich kommt morgen zu 99,9% das 85x3er-Stürmer-Upgrade-Pack. Ja, da gehen wir heute rein, ist fünf Tage da. Und das wollen wir natürlich jetzt auch einmal testen, ist einmal wiederholbar. Ja, 85er-Grader-Squad, genauso wie gestern auch. Bei mir jetzt hier komplettes Untradable-Futter am Start, das werden wir natürlich gerne abgeben. Und deshalb geben wir das Ganze ab an dieser Stelle, 85x3er-Mittelfeld-Upgrade-Pack. Falls ihr eures schon gemacht habt, wir gehen gleich noch mehr rein, aus der Community in welche. Dann gerne in die Kommentare schon mal wissen lassen, was hattet ihr eigentlich in dem Pack drin? Ja, ein Team auf der hier, hattet ihr Glück, hattet ihr kein Glück? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, dann sind wir hier beim nächsten, bei der nächsten SPC am Start. Und das ist ein 82er-Grader-Squad-Draft-Token-Upgrade. Wieso haben wir das draußen? Dazu gibt es eine Meilenstein-Geschichte, dazu aber gleich mehr. Da gibt es logischerweise zu der SPC ein Draft-Token-Pack. Kann man also hier quasi ergattern. Wichtig ist hier, es refresht sich in 23 Stunden immer. Und ist insgesamt jetzt für die nächsten 14 Tage in den SPCs vorhanden. So, dann haben wir als Team auf die Ereignung Xavi Alonso. War schon lange geleakt worden, wenn wir denn so wollen. Er ist jetzt endlich am Start und der wird interessant. Gehen wir erstmal rein. Also, 89 Tage ist er da. Ihr seht es jetzt gerade unter meiner Facecam-Linie. Hier, 89 Tage ist er da. Das finde ich generell geil bei den Team auf die Ereignung, dass die halt so lange einmal vorhanden sind. Und wenn wir uns jetzt die SPC anschauen, Bronze kennen wir, easy. Silber kennen wir, easy. Dann ist es auch so ein 83er. Sehr, sehr einfach. Dann 85er im Team auf der Wegold-Food-Champions-Spieler. Dann ein 86er. Und das Einzige, was wir da noch abgeben müssen, ist ein 87er. Auch hier wieder kein Special-Kart und das war's. Jetzt fragen wir uns, okay, warum ist die in Anführungsstrichen so günstig? Ich kann's euch nicht so wirklich sagen. Er bringt Forster-Forster mit. Er bringt hoch, hoch Arbeitsrat mit. 1,83 Körpergröße. ZDM, ZM kann er spielen, logischerweise. Und alles bis auf Tempo, was in Ordnung ist. Also wir haben keine komische Tempo-Aufteilung. Wir haben genau 80 Antritt, 80 Sprint-Tempo. Also die Aufteilung ist nice. Der Schuss ist für den ZDM auch völlig legitim mit Schusskraft auf 92, 93er Weitschüsse. Klar, der hat keine guten Wolle. Ist Stellungsspiel auch nicht und Abschluss natürlich logischerweise auch nicht. Er bringt aber brutale Pass-Stats mit. Mit 92 passend, 96 kurzer Pass. Geile, ausgeglichene Dribbling-Stats. Wichtig auch hier 92er-Ruhe-Stat. Der bleibt also ganz geschillt in den 1 gegen 1, 2 Kämpfen. Und dann haben wir gute 87er-Verteidigung und 85er-Physis mit 88er-Ausdauer. Und das Einzige, wo ich jetzt direkt, was mir auffällt natürlich und euch wahrscheinlich auch, wo ich direkt meckern könnte, ist höchstens das Tempo. Aber auch das kriegen wir theoretisch, wir gucken uns das gleich bei Footbin an, mit einem Shadow auch wieder hoch und zeitgleich natürlich auch einen anderen Stat. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, erster Eindruck jetzt von mir, sehr, sehr gut. Im Detail schauen wir uns das gleich bei Footbin an. Und er bringt auch noch Flair mit und Flair-Pässe. Also hier für mich eine 1 zu 1 Top-Preis-Leistungs-SPC mal wieder bei den Team of the Icons. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann, out of nowhere im Endeffekt, haben wir die Spieler-Momente-Feran-Jugla-SPC. Und da heißt es, und feiere sein Tor und, und, da ist mal wieder eine deutsche Übersetzungsfehler am Start, also und, und, seine Torvorbereitung in Klubbrügge Sieg gegen Atletico Madrid. Und ich war noch nicht in der SPC drin, sie ist aber zwei Wochen da und es ist nur ein Segment. Und ich könnte mir vorstellen, dass die mehr oder weniger geschenkt ist. Wir gehen erstmal darauf rein, ihr habt Forster, Forster, wahrscheinlich ein Upgrade an sich, aber gut. Hoch- und Mittelarbeitsraten, Mittelstürmer, linker Flügelstürmer. Was ist gut, was ist schlecht? Nicht so gut, oder in Bezug auf Power-Curve, wie sie gerade ist. 81er Ruhe ist eher ein bisschen wenig. 81er Ruhe aktuell zu haben, ähm, dass der euer Main-Squad verbessert, wage ich jetzt mal, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, und dann bringt der Angeschnittenen- und Ausrüstschuss mit. Das ist gut, Angeschnittenen- und Ausrüstschuss und deshalb denke ich, dass aufgrund der Stats, die wir uns gerade angeschaut haben, ja, das ist im Endeffekt geschenkt. Das ist ein 83er-Grader-Squad, um ein bisschen teuer das Ganze noch zu machen, ist ein Team of the Week mit drauf gebannert. Aber im Endeffekt ist das eine SBC. Falls ihr mal keine Ahnung habt, wo ihr euer Futter reinballern solltet, dann ist die SBC für euch da. Sonst ist es keine Muss-SBC. Ja, äh, das aber kurz einmal dazu. Haben wir SBC-Content also für heute abgehakt und gehen weiter zu den Zielen. Oh, Freunde, ich bin hyped, ich bin hyped. Denn heute haben wir folgendes in den Zielen am Start, und zwar bei der Tageseinmeldung bei zwölf Abschlüssen. Vielleicht gehen wir gleich auch in das einordentliche Pack der Community rein. 10,83-Plus-Pack. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Ich werde hier die Packs morgen alle nach 19 Uhr öffnen, weil die Team of the Icons dann wieder in Packs sind. Und zum Beispiel aus so einem Pack kann man dann eben auch wieder Team of the Icons ziehen. Kann man, stand jetzt natürlich nicht. Deshalb werde ich jetzt noch die, ja, im Endeffekt 23 Stunden warten. Ich habe schon so lange darauf gewartet, also werden wir auch jetzt warten können. Und ihr seht, es wird immer mehr. 91 Packs haben wir jetzt hier im Shop am Start. Da wollen wir mal eins öffnen, und zwar das aus dem Mittelfeld. Aber in den Zielen nochmal zurück. Da haben wir jetzt nichts in den Zielen am Start. Dadurch, dass halt die Season eben nur noch bis Donnerstag geht, finden wir jetzt in den Meilenstein was. Und das ist Totti Draft. Dafür haben wir jetzt quasi diese Totti Draft Upgrade, SPC draußen. Da heißt es, spiele jetzt Foot Draft und baue dein Traumteam auf. Meistere diese Aufgaben und da bekommen wir dann extra Boni. Also EA wird uns wieder quasi in den Draft-Modus ballern. Ein Spiel, egal welcher Modus, bekommt ihr direkt ein Draft-Token-Pack. Dann geht es weiter mit zwei seltenen Spieler-Pack, 80+. Wants to Watch Adams haben wir am Start. Rule Breakers Herrera. Winter Wildcard werde untrailable. Dann haben wir Foot Helden Dudek, die wir für zehn Draft-Spiele bekommen. Fünf-Spieler-Pack. 80+, bekommen wir dafür den ersten Sieg. Also wir bekommen für die Siege quasi Packs. Und für Spiele bekommen wir, kennen wir von damals, hier zum Beispiel bei 20 Online Foot Draft Siegen, 5,84-Plus-Pack. Aber bei den Spielen, kennen wir, bekommen wir eben auch Spieler wieder zurück. Wants to Watch Adams. Also halt, ja, Spieler. Aber ob die einen interessieren. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen sowieso nur SPC-Futter sein. Leider ist es so, aber es ist auch einfach ehrlich und wahr. Ja, in Packs, in Promopacks und so weiter und so fort gibt es eigentlich nichts Interessantes. Da kann ich euch nur sagen, öffnet dieses Pack nicht, öffnet dieses Pack nicht. Am besten gar keine Packs. Sowieso nicht und auch nicht mit FIFA Points. Dankeschön, dass ihr dazugehört habt. Lasst die Finger bitte weg davon. So, Freunde, jetzt wird es heiß. Jetzt wird es richtig heiß, denn wir gehen jetzt rein Richtung Foot Bin. Und da schauen wir uns mal den SPC-Überblick an. Wir aktualisieren das Ganze nochmal. Und sehen hier, ja, Mittelfeld-Pack so ein bisschen leicht für 50-50. Ich meine, klar, es ist ein Gamble. Im Endeffekt, ihr könnt es öffnen. Ihr könnt Top oder Flop. Da gibt es nur Top oder Flop. Eins von beiden. Ihr könnt es öffnen. Und ihr wisst erst im Nachhinein, ist es gut oder ist es schlecht. Token Upgrade, SPC, Draft Token. Immer gut. Ja, besser als die 50k auszugeben. Dann mit untradable Futter, was ihr sowieso gerade habt. Zack, rein in die SPC und einen Draft Token euch holen. Jukle. Komisch, dass er so positiv ankommt. Ich meine, ja, er ist geschenkt. Gucken wir uns gleich an, wie er aussieht. Dann haben wir Shavi natürlich auch als Leihkarte. Und die Norme kommt sehr gut an. Also ähnlich wie jetzt mein erster Eindruck. 400k. Ich würde sogar schätzen, das bekommt man auf jeden Fall günstiger hin. Und da gehen wir mal kurz zu den zwei neuen Spieler. Zu Jutglar und Shavi Alonso. Ich habe noch nie was von diesem Jutglar gehört. Forster, Forster. Der hatte niemals vorher Forster, Forster. Drei Sterne, drei Sterne hat er. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Also erstmal bekommt er ordentlich Pace. Von 73 Pace jetzt auf 87. Eigentlich bekommt er alles geupgradet. Das ist eine Silberkarte vorher gewesen. Was erwartest du da? Er hat jetzt seine Forster, Forster. Er hat Hochmittelarbeitsraten. Hat er auch andere Arbeitsraten bekommen? Mal gucken. Hatte die schon vorher am Start? Ja, von Mittelmittel auf Hochmittel. Das ist sehr, sehr nice. Also vom Grundprinzip her, er soll 19k kosten. Ja, das ist eine Geschenk der SPC. Halten wir so fest. Das ist eine Geschenk der SPC. Das Einzige, was schwierig ist. Und da findet ihr aber jetzt durch die ganzen Upgrades, die am Start sind, auch definitiv mindestens ein Team of the Week im Verein haben. Und den Rest, den habt ihr so 83er-Graden-Squad. Gar kein Problem. Geschenk der SPC. Ich glaube, das können wir so abhaken. Ich glaube, das können wir so abhaken. Im Endeffekt ist es dann doch eine SPC, die ein Muss ist. Weil, oh, ich weiß gar nicht. Lass uns mal gerade gucken. Cheapest Players by Rating. 87er. Weiß gar nicht, wo sie gerade sind. Ja. Also wenn wir jetzt in Bezug darauf reden, könnt ihr ihn einfach als SPC-Futter mitnehmen. Würden wir fast schon sagen. Genau, die sind bei 20k, die 87er-Graden-Karten. Also diesbezüglich einfach für SPC-Futter könntet ihr ihn auch mitnehmen. Günstiger 87er für SPCs. So, dann haben wir Xavi Alonso von der 90er. Oh my goodness. Okay. Damit ist das dann auch geklärt. Ich habe gerade gesagt, das einzige in Anführungsstrichen Problem ist sein Tempo, was natürlich nicht im Vergleich zu den anderen Stats von ihm relativ hoch ist. Aber er hatte natürlich vorher 70 Pace. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Plus 11 Antritt, plus 9 Spritgeschwindigkeit. Und jetzt auf 80-80. Forster, Forster. Xavi Alonso mit dem Kartendesign. Er bekommt 15 Agility on top. Da ist jetzt die Frage, was wollt ihr machen dann? Encore, also ich würde fast schon sagen, mit dem Shadow ist er gut dabei. Mit dem Shadow ist er gut dabei. Was sagt die Football Community? Shadow. Basic. Basic wird auch oft unterschätzt. Könnte man auch machen, um einfach alles gleichmäßig gut zu upgraden. Dann ist er noch mehr Allrounder. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber ich würde, ich bin ehrlich, ich würde wahrscheinlich mit Shadow gehen. Dann hat er 88 Antritt, 88 Spritgeschwindigkeit. Gefällt mir so am besten. Also für mich wirklich auch wieder eine Top-Preis-Leistungsteam auf der eigenen SPC. Da muss man wirklich einen Daumen nach oben an EA geben. Wirklich eine Top-Geschichte. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Mittelfeld-Upgrade-Packs. Vielleicht auch in das eine oder andere 10-83er-Pack. Und damit let's go. Und rein da. So, Freunde. Da sind wir auch schon. Also, unter dem Ceturions-Pack mal wieder das 85-Mittelfeld-X3er-Pack. Wir haben jetzt heute schon einen Mittelfeldspieler gezogen. Insofern, ich hoffe auf einiges, erwarte aber eigentlich gar nichts. Also, insofern, mich kann nichts schocken. Wir machen es auf in 3, in 2, in 1 und let's go. Es wird nichts Blaues. Es wird zumindest ein 89er-Kimmig. Oh mein Gott. Und zwei 87er. Also, ich sag's mal so. Es ist kein Duplikat. Win Nummer 1. Kein Duplikat am Start. Win Nummer 2. Das sind 3 Spieler, die morgen auf jeden Fall in die 85x3er-Attacker-Stürmer-Upgrade-SPC kommen. Sehr, sehr nice. 89er und zwei 87er. 20k. Nochmal 20k. Sehr, sehr geil. Und dann 89er-Kimmig. Sehr, sehr nice. Bin ich gar nicht. Ja, muss ich... Meckere ich nicht. Ist top. Wir gehen rein in die nächsten Packs und let's go. So, Freunde. Das nächste Pack ist am Start. Oh, leider kein Blauer. Wieder Deutschland. Diesmal ZM. Und es ist ein Toni Kroos. 88er-Rating. Wer ist denn hinter? 87er. Oh, 85er. Nabri da am Ende am Ärgern. Aber sonst okay. Ja, Freunde. Das soll's gewesen sein mit den Packs. Ich hab's anscheinend der Community angetan. Die warten jetzt auch alle bis morgen noch 19 Uhr, wenn die Team auf die Ereignisse wieder in Packs sind. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alle frische Wieder. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, geht in das Video von gestern Abend. Haben einige noch nicht gesehen. Und insofern würde ich sagen, sehen wir uns gerne morgen wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst Liebe da. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.